herzlich willkommen zum tech talk 22 wieder von qso4u.com und heute bin ich nur mit dem david deswegen heute mit mir steffen kolb und david sondermann genau so und wir haben so ein bundes potpüree an themen aber wir haben ein kleines update bei artikel 13 das fand ich ganz wichtig deswegen wollte ich damit auch gleich rausgehen es gibt nämlich ein gutachten oder es wurde ein gutachten erstellt von also von den grünen beauftragt und das ganze hat der professor doktor spindler durchgeführt das ist halt ein rechtswissenschaftler der hat sich mal alles angeguckt wie sind es mit den upload filtern mit artikel 13 schräg schräg 17 wie es ja jetzt heißt ist ja jetzt artikel 17 und ist halt zu dem entschluss gekommen und das ist halt eben das positive an der geschichte das erst mal vermeintlich negative ist dass es halt gegen das grundgesetz oder gegen unsere grundrechte verstößt allerdings kann man eben wenn sowas der fall ist auch wieder gegen dieses gesetz vorgehen das ist das gute an der geschichte und ja es haben sich jetzt also es werden sich jetzt die ganzen parteien beraten müssen wie man damit jetzt umgeht weil sowas kann man natürlich nicht ignorieren polen klagt ja bereits gegen die ganze geschichte also die sind allerdings schon länger aufgewacht die polen muss man dazu sagen und deswegen ist schon mal ganz ganz sinnvoll gewesen und ja was halt auch noch damit rein spielt ist die ganze geschichte dass halt zum beispiel die uploads schon beim oder das upload schon beim upload eben überprüft werden müssen und ausgefiltert werden müssen und das ist halt auch eine geschichte die verstößt eigentlich gegen grundrechte und dann ist halt auch was ja um halt das ganze konsequent durchzusetzen müsste man halt zum beispiel auch geoblockigen geschichten einführen dass zum beispiel leute die aus der eu auf irgendwelche webseiten zugreifen wollen dass die einfach blockiert werden und das ist halt auch nicht sinn und zweck und geoblocking ist halt auch sehr kritisch zu beachten also hochinteressante geschichte allerdings gibt es dazu im moment natürlich noch keine genauen reaktionen das ist jetzt brandneu die news und ihr wisst ja wie es in der politik ist es wird einige zeit dauern bis dann auch wirklich mal sich was dazu bewegt und wenn da so leute sitzen wie axel voss die so eine kompetenz haben wie er selbst von sich sagt dann ist es halt immer schwierig also ich glaube die cdu csu bis die merken dass er auf dem falschen dampfer sind da werden noch einige jahre ins land gehen weil die haben ja immer recht das hat man ja auch bei der bei der maut gesehen und hast du das video gesehen mit dem axel voss wo er die drei fragen von reich anders beantworten sollte schon ein bisschen her ja das ist schon ein bisschen her wo ja nach der abdeckung von wlan kabeln axel voss gefragt hat und er hat ernsthaft darauf geantwortet dass er das noch nicht so auf dem schirm hatte und oder wie es denn auch mit mit ja wie wir wettbewerbsfähig bleiben und dann hat er eben länder genannt aus dem marvel comic und so weiter in diesen ländern wie das dazu geht also man merkt schon irgendwie ist axel voss schon ein bisschen nicht mehr so up to date aber das ist eine ganz andere geschichte ich würde es nicht abschweifen von dem thema obwohl ich hier keinen politiker bashing betreiben wobei ich würde ganz gerne trotzdem mal ein interview mit dem kerl durchführen weil der scheint ja also der wirkt schon immer sehr sympathisch das ist ja das schlimme den kannst du auf der einen seite nicht total böse sein weil der wirkt irgendwie total sympathisch wie so ein böse gesagt wie so ein ja wie so ein seniler opa irgendwie so keine ahnung den kannst du nicht böse sein auf der anderen seite versaut er uns halt gerade mehr oder weniger die zukunft des internets also das ist halt wieder der andere aspekt da ist es schon ein bisschen schwierig naja wir gucken mal also dieses gutachten habe ich euch auf jeden fall mal verlinkt ja stamm zuhörer und zuschauer wissen ja sowas wird im artikel immer verlinkt also unten in der video beschreibung beziehungsweise halt wo ihr es hört auf spotify und co da ist dann auch eine beschreibung oder geht einfach auf kurs of you com da ist der artikel und da sind dann immer alle links zu den ganzen themen natürlich gibt es da auch quellen dafür und wir sind ja nicht bei anderen youtuber die da irgendwas behaupten und dafür keine quellen haben bei uns gibt es immer die quellen in der video beschreibung gut wenn wir mehr dazu haben gibt es das natürlich auch hier das angebot steht halt auch weiterhin dass wir unseren rechtsexperten den felix mal mit dazu holen aber das macht halt erst sinn wenn es dann halt wirklich mal konkret um irgendwelche gesetzes texte geht bis jetzt ist es halt alles irgendwie nur rumgeplänkelt und ja der eine schiebt die verantwortung auf die anderen und ja deswegen aktuell gibt es da noch nicht sehr viel news was aber sehr interessant ist ist das nächste thema da geht es eben auch um so ein bisschen um die elektromobilität und stromversorgung der zukunft und es geht um meine lieblingsfirma und auch die lieblingsfirma von david nämlich um ibm genau was haben die wieder gemacht ja ibm big blue hat mal wieder ja ein bisschen rumgeforscht die haben ja auch relativ viele patente kann ich aus eigener erfahrung sagen wo ich mal bei ibm zu besuch war die haben da so eine riesige ja 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 wenn man da schon viel mehr arbeitet aber die haben so eine riesige wand da in böblingen und da stehen dann die ganzen patente und wer zum teil die patente hält und wie viele und so genau und die haben jetzt auf jeden fall eine neue super batterie entwickelt zumindest behaupten sie das oder einen neuen akku ist es ja eigentlich richtig der die derzeitige lithium ion technik ablösen könnte und ibm sagt sogar dass der relativ ich sag mal umwelt neutral relativ positiv hergestellt werden kann weil eben da keine schwermetalle drin sind oder keine giftigen stoffe wie kobalt sondern das ganze soll eben dass die komponenten die sie dafür nutzen sollen rein aus dem meerwasser gewonnen werden können wie auch immer das funktionieren soll wie genau und dazu sagen sie natürlich auch nichts und das sind auch drei rechtlich geschützte materialien behaupten sie ich bin mal gespannt weil ich meine sie behaupten ja auch dass die der neue super akku in einer reihe von einzelkategorien sogar die normalen lithium-ionen übertreffen können also zum einen niedrigere kosten schnellere ladezeit höhere leistungs- und energiedichte starke energieeffizienz und geringe entflammbarkeit was natürlich cool wäre weil wie jeder vielleicht schon mal mitbekommen hat wenn so ein elektroauto wie so ein tesla oder so brennt der braucht keinen sauerstoff um zu brennen sondern die zellen heizen sich gegenseitig mehr oder weniger immer weiter an und ja das ist dann überhaupt nicht lustig sowas zu löschen ist auf der einen seite richtig auf der anderen seite muss man aber auch sagen dass ein verbrenner auch relativ schnell brennt natürlich aber das war jetzt nur mal zu dem akku prinzipiell weil genau weil hat viele leute immer das argument vorziehen ja elektroauto darf man nicht verwenden weil die halt ultra schnell brennen ja ein verbrenner wenn du mal im verbrenner sitzt und kommst da nicht raus und der hat feuer gefangen viel spaß natürlich da geht es auch um sekunden was ja schon mal sehr positiv ist dass das ganze halt sehr klimaneutral ist aber weil ich sehe halt weißt du meine kritik oder es ist keine kritik aber einfach nur eine hoffnung eigentlich dass ibm das ganze jetzt nicht so teuer weiterverkauft also was bringt so eine geile technologie wenn sie es keiner leisten kann weil ibm die patente hält und die dann halt nur ganz teuer weiterverkauft ja da muss man ehrlicherweise sagen das wäre jetzt nicht das erste mal dass sowas machen ja und dann genau und dann stirbt sowas bei denen im labor und vielleicht wäre das sogar wirklich wichtig für die welt insgesamt und naja gut vielleicht kauft tesla das aber es ist ja gut tesla ich weiß noch ob die das nötig haben sowas zu kaufen weil die ich glaube fast nicht dass sie sowas bauen vielleicht was ähnliches nach dann aber interessant wo sitzen die in deutschland wo warst du da das würde mich noch mal interessiert also unter anderem in böblingen das ist bei stuttgart genau da haben sie zumindest ein relativ großes labor und da haben dem war das auch weil der auch viel entwicklung von den mainframes passiert wohl haben uns das mal angeschaut ja war auf jeden fall ja genau da kommt ja übrigens der youtube kollege felix baherr aus böblingen gut ne ganz interessant mal gucken wie sich das entwickelt ja etwas neues gibt berichten natürlich so ist es aber ich fand es ganz interessant das war jetzt auch ein artikel nicht unbedingt also quellenmäßig jetzt nicht unbedingt von unseren klassischen bezugsquellen wo wir halt unsere news beziehen sondern vom ich glaube stern oder spiegel war das also der das habe ich gerade wieder zugemacht warte das ist vom stern richtig genau genau also die anderen haben irgendwie entweder fanden die das nicht wichtig das ist ja auch was was viele nicht so auf dem schirm haben dass viele news redaktionen auch im tech bereich halt einiges pro tag bekommen und dann unter den tisch fallen lassen und das ist halt bei vielen tech redaktionen wo wir halt verfolgen oder news tickern ist es irgendwie untergegangen oder halt nicht beachtet worden und das gleiche haben wir ja auch ich meine ich kriege auch ständig irgendwelche pressemeldungen wenn du auf irgendwelchen zähle ich jetzt mal kurz aus dem nähkästchen gleich kommt noch mehr aus dem nähkästchen wenn du auf irgendwelchen events bist und dadurch als presse akkreditiert sei es jetzt gamescom damals cebit itza wie sie alle heißen bekommst du halt eine fülle von pressemitteilungen die ganze zeit zugeschickt und ja und das ganze ist ja dann halt auch irgendwie in einem postfach und du musst es bearbeiten ja und da ist es wahrscheinlich dann auch zustande gekommen ich denke auch mal ja die vor allem die nicht alle ihren fokus auf sowas und genau ja dann ich habe ja angekündigt ich werde noch ein bisschen mehr interner sollte ausplaudern naja so intern ist es nicht aber ich habe mir gedacht jetzt haben so einige youtuber ihre statistiken veröffentlicht und ja warum sollen wir das nicht auch machen und vor allem manches also sind jetzt nicht nur youtube statistiken aber manches könnte vielleicht auch für den einen oder anderen zuhörer interessant sein und deswegen habe ich gedacht okay wir haben dahingehend ich meine wir haben schon sachen die wir jetzt nicht unbedingt in die öffentlichkeit müssen aber das ist eine geschichte die kann man durchaus mal erzählen vor allem es ist halt auch was was man zum teil auch selbst nachvollziehen kann genau ich habe mir als allererstes mal youtube vorgenommen also es geht jetzt erst mal um alle statistiken habt ihr sicherlich in der überschrift gelesen von dem podcast youtube money wie viel haben wir deswegen fangen wir mal damit an also letztes jahr hatten wir insgesamt 147 euro 20 jetzt kann man sich natürlich ausrechnen dass man damit nicht sehr weit kommt mit den 147 euro 20 da ist allein schon wenn man rechnet das ganze ja die ganze anfahrt für die messe also für alle messen die wir letztes jahr besucht haben sei es jetzt die gamescom sei es die itzer ist allein das geld schon mehr als die 147 euro 20 ich glaube für die itzer waren es ja auch um die 100 euro was du an anfahrtskosten hat es genau roundabout so dann die anfahrtskosten für mich noch und die anfahrtskosten für den für die anderen für die praktikanten noch gerechnet also das ist auf jeden fall mehr als die 140 euro oder 150 macht sagen wir mal 150 euro dann bei der gamescom war es ja noch extremer da hatten wir dann eben noch eine übernachtung in köln bzw also ich in in düsseldorf und georg in köln und da sind allein für die übernachtung sind da schon mal so um die 300 euro pro person zusammengekommen also von daher sieht man mal das ist naja ausbaufähig weil halt immer youtube money klar ab einer gewissen größe kann man da einiges machen mit aber bei der größe kriegt man halt noch relativ wenig und wenn man allein mal sieht was wir letztes jahr in equipment noch mal investiert haben objektive letztes jahr habe ich ja noch mal eine sony kamera dazu geholt das ist auf jeden fall nicht mit youtube money zu finanzieren das nur mal so am rande das wird alles quer subventioniert natürlich einmal von unserer dienstleistungs firma der kurs of you services aber halt dann eben auch aus unseren privaten budgets weil kurs of you kommen und auch dieser youtube kanal ist halt einfach hobby und ist einfach alles hier ehrenamtlich da kriegt keiner irgendwie stundenlohn dafür wenn er hier im podcast sitzt oder ein video mitmachen oder so das ist alles ehrenamtlich und deswegen das hat auch deswegen nichts mit der services zu tun das muss man immer betonen von den views her war ich eigentlich ja nicht zufrieden aber ist okay 65.779 views waren es letztes jahr die wir auf unsere videos bekommen haben ich habe mal für 2020 werden auch gleich darauf kommen habe ich mir mal das ziel gesetzt das ganze auf 250.000 hoch zu bringen für das jahr das geht natürlich nicht wenn wir so weiter machen wie bisher deswegen dazu dann später noch mal was was ich da ändern möchte wir hatten der insgesamt eine wiedergabe zeit von 4067 stunden ist okay das kommt halt durch die podcast durch die länge einfach der podcast dass man da halt eine ziemlich lange wiedergabe zeit hat und wir haben 91 abonnenten letztes jahr gewonnen das ist auch gut ist okay aber es haut einen halt jetzt nicht vom hocker vor allem wenn man das mal vergleicht mit dem jahr wo diese ganze petia ransomware welle war da hatten wir auf jeden fall ein wachstum von mehreren hundert abonnenten deswegen das kann man denke ich mal dieses jahr noch ein bisschen ausbauen was auffällt ist der peak zum beispiel den wir im märz hatten was war im märz naja artikel 13 allein die die live berichterstattung jetzt nicht unbedingt aus münchen sondern aus nürnberg die hat halt richtig reingehauen mit ein paar tausend views die wir halt dann in dem monat sofort generiert haben und die leute die da diesen live stream verfolgt haben die haben halt auch viele folge videos noch angeguckt deswegen hat es ziemlich viel gebracht in dem monat das haut einen richtigen peak rein was waren die erfolgreichsten videos letztes jahr also einmal war es ein tutorial wo es um das thema onedrive ging klar office 365 haut im moment richtig rein in vielen firmen wird das gerade eingeführt viele migrationsprojekte laufen jetzt gerade zu office 365 und da sind vermutlich auch einige administratoren dabei die sich das angeguckt haben was auch noch interessant ist auf platz zwei also platz eins wie gesagt onedrive da hatten wir 6644 views gemacht im letzten jahr also zuwachs zu den vorhandenen da waren davor schon einige tausend drauf mcaffey hat auch noch mal auf platz zwei mit 6300 views die dazu gekommen sind ganz schön was rausgeholt man muss allerdings sagen das video von mcaffey kam aus dem jahr 2014 das heißt das hat davor davor schon einige views auf dem tacho gehabt und hat da noch mal was nachgezogen und ja dann kam noch mal ein tutorial da ging es eben um eine kurs of view hilffrage auch noch mal mit 4000 views danach kam der live stream in nürnberg und was auch noch mal erwähnungswert ist ist die ganze geschichte mit petia danach kommt nämlich auf platz fünf kaspersky versus petia also selbst ja 2019 war das immer noch ein thema dass leute sich angucken wollten wir haben die av hersteller auf petia damals reagiert und das waren auch noch mal 3000 views auf dem video das 2016 veröffentlicht wurde also das ist auch bemerkenswert was auch interessant ist dann auf platz sieben zum beispiel das cloud computing thema mein grundlagen vortrag ja den rest könnt ihr auf unserer website nachlesen also ich tue die ganzen statistiken alle auf die website noch mal ist überhaupt kein problem also von uns hat niemand ein problem damit wenn das öffentlich ist und man könnte sich das auch mit viel arbeit natürlich auch selbst alles raussuchen wenn man das möchte weil es halt alles öffentlich ja und jetzt was für einen schluss zieht man denn da draus in den ganzen views für geschichten ist kein einziger tag talk mit dabei so und dann kann man natürlich auf die idee kommen man sollte nicht den tag talk einstellen das wollen wir nicht aber man sollte vielleicht sich mal auch auf andere themen noch fokussieren oder wieder back to the roots also das heißt zu den tutorials zurück und das hatte ich ja letztes jahr schon angekündigt dass es jetzt auch dieses jahr anlaufen wird also jetzt vielleicht nicht gleich morgen aber auf lange sicht wird es wieder so kurze tutorials geben einfach weil das halt eben views auf den kanal bringt und letztendlich können wir den tag talk halt oder was es können aber wollen wir den tag talk wahrscheinlich nur weiter so führen wenn wir halt auch noch zuhörer bekommen und die bekommen wir halt nur indem wir über andere themen einfach reichweite generieren weil über den tag talk selbst ist es halt schwierig irgendwie auf youtube sichtbar zu werden aber mit den tutorials und vielleicht leuten die dann einfach mal sagen okay den kanal abonniere ich da gucke ich vielleicht mal noch weiter auf dem kanal was haben denn die noch so könnte man dann eben leute natürlich nicht die masse logisch aber dann könnte man leute noch rüberholen vielleicht auf den tag talk und man kann natürlich auch in einem tutorial eine einblendung machen hey wir haben ein technik podcast irgendwo mal an der seite ganz unauffällig oder einfach mal erwähnen das heißt da kann man auch quer werbung machen durch die plattform multiplattform werbung und deswegen wird es wahrscheinlich passieren aber ich wollte euch einfach mal ja bisschen hinter die kulissen blicken lassen mal auch an unseren gedankengängen einfach mal teilhaben lassen als zuschauer zuhörer weil ich denke mal vieles ist halt immer nicht nachvollziehbar was machen denn da leute warum passiert denn sowas und ja wir können ja auch ein youtube kanal sein der mal mit guten beispiel vorangeht und sowas einfach transparent macht ja was ich auch transparent machen möchte ist die tatsache dass zum beispiel nur elf prozent unserer zuschauer unsere abonnenten überhaupt diese glocken abonnent abo benachrichtigungs funktionen benutzen also falls ihr ein abo bei uns habt achtet vielleicht mal drauf dass auch die glocke läuft weil youtube ist ja so ja wie soll man sagen so speziell geworden dass mittlerweile trotz abo manche videos nicht mehr in der timeline auftauchen also ich weiß nicht ob du das auch hast david ich habe manchmal auch kanäle abonniert wo ich dann denke ich habe doch schon seit monaten nichts mehr gesehen dass die was hochgeladen haben dann guckst du auf den channel siehst 30 videos verpasst kenne ich ganz so wunderbar und deswegen gibt es diese glocke ihr könnt natürlich auch was auch effektiv ist ihr folgt uns einfach auf irgendeiner social media plattform twitter instagram facebook haben auch noch das wäre halt auch eine möglichkeit da bekommt ihr natürlich dann auch infos oder man könnte auch ganz klassisch den rss feed von unserer website abgreifen und da einfach gucken aber wie ihr wollt oder geht auf unseren discord server das habe ich auch vergessen discord da bekommt ihr dann auch mit wenn wir irgendwas online stellen aber scheinbar ist halt diese glocken funktion echt nicht mehr zuverlässig und ihr kriegt dann einfach nicht alles mit gut das wollte ich nun mal ganz transparent machen was auch interessant sein könnte ist dass wir naja gut so interessant ist nicht aber wir haben eben ja fast 90 prozent männer die zuschauen und dann eben zehn prozent weiblich ja überrascht mich jetzt nicht bin er überrascht dass es zehn prozent weiblich ist muss ich ganz ehrlich sagen und von der altersverteilung her sag ich mal ist die haupt zielgruppe zwischen 18 und 24 das sehe ich uns ehrlich gesagt aber auch von unserem content her von unserem wie wir die themen aufbereiten also ich sehe uns da maximal sag ich mal von 18 bis bis 40 wenn ich ehrlich bin so ein bauchgefühl das kann ich nicht begründen das ist einfach nur so wie ich das halt sehe wie wir unsere sachen aufbereiten fakt ist wir haben 51 prozent in dem bereich von 18 bis 24 und danach geht es dann eben von 25 bis 34 das sind dann 21 prozent und dann wird es halt immer dünner 35 bis 44 11 prozent und dann 45 bis 54 sind dann nur noch zehn prozent also nach je älter desto weniger kann man sagen wir haben aber auch vier prozent von 13 bis 17 also das ist auch ganz interessant aber ja wie gesagt die mehrheit ist halt auch ungefähr in unserem alter was ich irgendwie nachvollziehen kann weil von gleichaltrigen ist es ja meistens dann doch irgendwie ein bisschen angenehmer oder wie soll man sagen das guckt sich halt einfach besser irgendwie ich weiß auch nicht kann man schlecht erklären es ist einfach vielleicht findet man die dann irgendwie sympathischer oder so ist ja bei einem podcast ist es ja einfach auch wichtig dass man die leute nicht abgrundtief hast oder so weil sonst kannst du dir so stunden podcast nicht geben eigentlich gut ja was ist das abo ziel vielleicht dieses jahr was wir so intern mal ausgearbeitet hatten jetzt von der projektleitung von kurs of you kommen das wären einfach mal 5000 abonnenten die wir eventuell also wenn alles gut läuft mit dem ja mit der neuen taktik mit dem mit diesen kleinen kurzen videos die halt auch seo technisch ich meine ist kein geheimnis sind die natürlich auch besser als die tech talks dass man dann einfach versucht da an die 5000 abonnenten zu kommen mehr ist natürlich immer besser auch bei den views und und hörern aber das ist halt realistisch wo man sagen okay da könnte man echt hinkommen wenn man gas gibt gut lange rede kurzer sinn noch ein paar kleine fakten habe ich auch noch einmal zum rss feed vom podcast also wir haben jetzt diesen ganzen audio podcast der läuft ja auch schon seit über einem jahr jetzt da hatten wir letztes jahr 11.529 abrufe da muss ich sagen da kann ich natürlich nicht genau sagen wie viel jetzt unbedingt gecached wurde zum beispiel von spotify aber das sind die abgriffe die wir halt sehen auf unserem server wo die datei liegt also insgesamt wurden die podcasts halt dann 11.529 mal runtergeladen dann die unique visitors auf unserer website da haben wir 4,7 millionen im jahr gehabt das sind im schnitt zum die 12.654 am tag die wir haben das ist okay das ist gut ist nicht unbedingt schlecht wenn ich überlege wo wir mit kurs of view angefangen haben da waren wir froh wie mal so 200 am tag auf der seite hatten deswegen ist das echt okay dann ein fakt der unsere server infrastruktur betrifft da muss man dazu sagen das betrifft sowohl kurs of view com als auch services wohl eher mehr services als com wir hatten letztes jahr 135 terabyte ausgehenden traffic ins internet also da ist kein traffic gemeint der runtergeladen wurde also irgendwelche updates oder so sondern wirklich der ausgehende traffic was wir ins internet hochgeladen haben das sind natürlich auch webseiten abrufe und downloads nach draußen und solche geschichten halt und das sind halt auch zum beispiel die kundenserver mit dabei das sind über 135 terabyte im jahr bei den mails die über unseren mail gateway gegangen sind das waren 387.350 e-mails die zugestellt wurden also dies das waren richtige produktive e-mails und 2,1 millionen e-mails wurden blockiert also spam der halt von vor also wo die firewall und unser mail gateway schon gesagt hat hey das ist spam aus diversen gründen und die wurden halt dann blockiert also man sieht das sind schon ganz schöne mengen die da mittlerweile durch die infrastruktur gehen aber das sind halt auch sachen von unseren kunden mit dabei ganz klare sache gut das wollte ich nur mal so aus nähkästchen plaudern weil ich glaube das interessiert vielleicht doch den ein oder anderen was wir denn da so treiben bei kurs of you und kurs of your services gut was treibt denn eigentlich windows 7 ja also noch mal kurze info für alle dies immer noch nicht gecheckt haben windows 7 kein offizieller support mehr ihr solltet eigentlich schon längst umgestellt haben aber nachdem wir windows 7 jetzt auch dann nicht mehr supportet wird hat sich die free software foundation gedacht wir fänden es cool wenn microsoft windows 7 als freies betriebssystem als freie software verfügbar machen würde und hat eine petition gestartet ja genau weil sie sind der meinung nachdem microsoft jetzt mit windows 10 unter anderem die user ganz schön gängelt was auch die ganzen daten angeht wäre das doch mal jetzt eine genugtuung die software frei zu machen es ist ja auch relativ relativ vielen ziemlich beliebt muss man sagen ich kann auch sehr viel im privaten umkreis die immer noch sagen ich bleibe bei windows 7 ich will nicht umstellen wo man denkt okay gut du hast ja keine sicherheitspatches mehr alles schön und gut aber man muss halt dann irgendwann mit der zeit gehen weil sonst geht immer mit der zeit ne das ist halt witzig weil dieses thema hast du jedes jahr wieder das hast oder jedes mal das hast du bei xp gehabt das hast wahrscheinlich auch bei 2000 gehabt ja der punkt ist halt warum ich glaube und was auch unserer quelle nach geschrieben wurde dass vermutlich microsoft auch auf die petition keine stellung nehmen wird oder selbst wenn auch die nicht nachkommen wird weil ganz ehrlich das ganze wird ja immer noch weiterhin vertrieben zum beispiel die bundesregierung setzt ja auch immer noch windows 7 ein und bekommt mit diesem externe security update ja auch immer noch software updates was es auch 800.000 euro kosten lassen kosten lassen genau bundeswehr aus gibt viele ministerien behörden die noch nicht migriert haben auch viele firmen die das irgendwie verpennt haben nicht geschafft haben und dementsprechend nachdem das noch bis mindestens 23 läuft dieses security update das extendet denke ich mal nicht dass da irgendwas passiert ich kann es mir nicht vorstellen das ist microsoft also als ob die da ja und vor allem die verwenden ja viele teile des codes werden ja wahrscheinlich auch bei windows 10 zum einsatz kommen was man halt jetzt vielleicht nicht gleich vermutet aber da steckt ja sicherlich auch noch windows 7 code teilweise in der ganz sicher ja und warum sollten die das dann öffentlich machen und also das kann ich mir nicht vorstellen also das würde vielleicht das ist genau vielleicht also was ich mir vorstellen kann das haben sie ja auch bei windows xp gemacht dass das ganze vielleicht kostenlos zur verfügung stellen dass wenn man irgendwelche legacy geschichten hat irgendwelche alte software dass man sich da so eine art windows 7 mode früher hieß es windows xp mode dann ist es halt der windows 7 mode dass man sich da so eine vm kostenlos installieren kann und da noch alle software drin betreiben kann aber ich kann mir nicht vorstellen dass die dann sagen hey wir tun windows 7 jetzt komplett öffentlich legen warum also die haben ja davon auch nichts im gegenteil also wahrscheinlich ist es eher ein sicherheitsrisiko für microsoft wenn die das ding komplett öffentlich bekannt geben ähm da können die eigentlich nur verlieren ne also und die paar leute die das da fordern ja wenn sie es mit dem verspielen das waren das glaube ich 5000 also die akte unterschrieben in die petition also ja und das sind ja auch wahrscheinlich eher leute die im linux umfeld zu hause sind das heißt die hat microsoft sowieso verloren als kunden ähm von daher völlig ich denke auch mal totaler quatsch jo was auch totaler quatsch ist das ist wenn ich als av-hersteller irgendwelche kundendaten verkaufe ähm dann ist es auch totaler mist und genau das hat ähm awast gemacht unsere freunde aus ich meine dass wir irgendwo aus osteuropa sitzen die aktuell ähm haben nämlich browser daten ihrer kunden ihrer benutzer weil kunden kann man ja teilweise nicht sagen weil awast gibt es ja auch kostenlos äh zu dieser awast geschichte gehört ja auch avg also wer avg antivirus einsetzt oder die kostenlose variante ist genauso betroffen wie avg ähm ja die pressemitteilung von den von dieser firmengruppe gibt halt her dass sie im monat 435 millionen aktive nutzer weltweit haben das heißt man kann sich ausrechnen wie viel daten da zusammenkommen und die haben eine tochterfirma die sich jumphost nennt die eben gerne mal solche daten äh solche daten auswertet und weiterverkauft was ist denn da jetzt eigentlich alles ausgewertet worden naja die was man jetzt weiß einmal dass das ganze an unternehmen wie google yelp microsoft pepsi äh und noch viele andere lief ähm die haben eben diese datensätze gekauft weil die halt zum beispiel auch sehr ähm detailliert sind und weil die halt sehr viel rückschlüsse auf den benutzer zulassen und da ist ja google sowieso ganz geil drauf dass die solche daten bekommen ähm unter anderem waren da eben solche sachen dabei wie suchanfragen bei suchmaschinen zum beispiel halt auch google ähm oder gps koordinaten von irgendwelchen google maps suchen youtube videos die man sich angeguckt hat linkedin seiten porno seiten auch ähm also alles was man so im netz macht wurde dann eben ausgewertet und übertragen und ähm personenbezogene daten wurden jetzt an sich nicht übertragen also zum beispiel eine ip adresse oder name aber das ding ist die avast installationsnummer ist halt eben auch natürlich daher ersichtlich und dann kann man natürlich trotzdem irgendwelche profile bilden ohne dass man jetzt unbedingt den namen hat außerdem hat man ja zum beispiel auch die möglichkeit bewegungsprofile daraus abzuleiten und solche geschichten also das ist jetzt nicht ganz ohne und ähm man muss halt auch dazu sagen ganz ehrlich wenn ich äh eine sicherheitssoftware mir gönne dann muss ich halt auch der sicherheitssoftware vertrauen also wie oft haben wir das thema schon mit virenschutz und ähm ja so ein hersteller von einer av lösung da muss ich einfach sagen dem muss ich diese daten anvertrauen können und wenn ich sowas das sehe dann mich werden sie definitiv nicht mehr als kunden bekommt das können sie vergessen garantiert nicht wenn ein solches unternehmen was ja eigentlich das geld mit vertrauen machen sollte und it sicherheit und it sicherheit ist ja immer vertrauen äh dann muss ich ganz ehrlich sagen dann und ich eine wahl habe und das habe ich ja in dem bereich dann werden die mich als kunden definitiv nicht mehr sehen und das ist eben meine private meinung zu dem thema aber das ist halt einfach so da bin ich sehr einfach gestrickt bei solchen sachen ähm weil ich sag halt ähm ist auch meine persönliche meinung also falls jemand von avast zuguckt schöne grüße ähm ne aber das ist meine persönliche meinung dass ich halt sag okay wenn jemand so einen fehler begangen hat es gibt ja fehler da kann man sagen okay das ist aus unwissenheit passiert aber das ist ja vollste berechnung und ich habe dann halt das gefühl dann wenn jemand der in so einer branche arbeitet die ja sowieso von vertrauen lebt so mit kundendaten umgeht dann kann ich ihnen eigentlich nichts mehr anvertrauen weil dann hat er so eine gewisse einstellung zu solchen hoch sensiblen daten die ich einfach nicht unterstützen kann weil dann geht er viel zu fahrlässig damit um vielleicht auch in anderen bereichen wenn ich sag okay ich kann solche daten verkaufen dann gehe ich vielleicht auch in anderen bereichen so damit um dass ich sag ach das sind ja nur die daten nicht so wichtig und das ist halt was was ich persönlich nicht wirklich supporten kann und also ich muss auch ganz ehrlich sagen wir hatten vor ein paar monaten noch überlegt ob wir diese firmen gruppe oder die produkte der firmen gruppe bei der kurs of you services mit ins portfolio aufnehmen und dann halt auch zum beispiel die business lösungen von denen anbieten aber das hat sich mittlerweile erledigt weil das kann man nicht mehr mit gutem gewissen empfehlen und ich muss auch sagen wir haben andere partner jetzt ich nenne jetzt hier keine namen aber wir haben andere partner mit denen wir halt wirklich eng zusammenarbeiten wo wir halt wissen da ist zum beispiel datenschutz und kundendatenschutz auf aller höchster stelle wo die sagen okay wir sammeln möglichst wenige daten und wenn dann nur das was notwendig ist um eben unseren schutz bestmöglich ja bereitzustellen und das sind ja geschichten da wollte man sich ein zu brot verdienen und hat dann eben gesagt okay lass uns mal von unserer browser erweiterung die halt auch im ja app store kostenlos verfügbar ist lass uns da mal diese daten weiterverkaufen oder halt auch die daten die zum beispiel über den über die security siten gekommen sind und da gibt es ja auch die leute die das zum beispiel kostenlos benutzen und diese daten sind natürlich dann auch abgeflossen und da muss man halt wieder sagen das ist halt alles auch nicht kostenlos also dieses ganze thema security researching und solche geschichten das kostet saumäßig viel geld ich meine man kann vieles automatisieren wenn man zum beispiel malware analysen macht und so aber man kann es eben nicht alles und die automatisierung kostet auch geld so und wo soll dieses geld herkommen also wenn ich dann kostenlosen virenschutz habe dann zahle ich halt mit meinen daten oder bei anderen firmen zahle ich halt dann für was anderes und kriegt dann halt noch einen virenschutz mit hinten rein geschmissen aber in dem fall zahle ich halt dann wirklich mit meinen daten und das kann man echt nicht unterstützen oder irgendwie gut finden das hat mich schon wirklich sehr sehr angry gemacht muss ich ganz ehrlich sagen weil ich habe von der firma also ich hatte jetzt keine großen erfahrungen damit ich kann aber sagen dass ich vor einigen jahren vielleicht sogar vor einem jahrzehnt also eher vor einem jahrzehnt wo ich noch nicht so tief in der in der it branche war habe ich das ding auch mal eingesetzt also so als kostenlosen familienvirenschutz muss ich zugeben aber das würde ich kein zweites mal mehr machen und ja man sieht ja jetzt dass diese firmen ja sich irgendwie finanzieren müssen und scheinbar machen sie das halt auch mit solchen daten was jetzt aus unseren quellen nicht hervorgeht ist zum beispiel ob auch die business siten davon betroffen sind ob sie auch diese daten von den business kunden ja aber ja klar wenn sie sowas machen wie ist dann der schritt also man da liegt ja die hemmschwelle jetzt auch nicht mehr so hoch vielleicht sowas auch zu machen genau und das ist halt einfach so eine geschichte wo man dann überhaupt kein vertrauen mehr hat und noch mal so als vielleicht als abschluss ein virenschutz oder eine av company sollte halt auch jemand sein die man wirklich alle daten am rechner anvertrauen würde wo man sagt okay da geht man davon aus dass da einfach nichts passiert natürlich ist es immer schwierig das vorherzusagen da bin ich voll dabei aber wenn man so ein gewisses ungutes gefühl hat schon dann sollte man das einfach nicht machen und in dem fall ist es halt durchaus bestätigt dieses ungute gefühl und da muss man sagen da haben sie einfach restlos alles verspielt und eine av software kann ja auf alle bereiche meines pcs zu greifen also alles können die sehen also die können ich habe es ja schon erwähnt die haben halt auch pornos getrackt also von porno seiten über ich habe irgendwelche krankheiten die gegoogelt bis hin zu ich habe mit irgendwelchen leuten gechattet oder ich habe mir auf google maps irgendwelche sachen angeguckt all diese geschichten sehen die av hersteller und dann ist es nur noch eine geschichte von was ist das konzept dieser hersteller und wie gehen die damit um und die einhersteller sagen hey mich interessiert es nicht ich will den kunden wirklich nur schützen das sind dann meistens die bei denen ich wirklich geld lasse und die sag ich mal die schon etabliert am markt sind die halt vielleicht auch genau sich der verantwortung bewusst sind und dann gibt es halt solche wie awast oder vielleicht auch noch ein paar andere wovon wo wir es noch nicht wissen was die mit den daten machen die dann halt sagen okay wir hauen das produkt erstmal raus dass möglichst viele leute das installiert haben und dann gucken wir mal was man damit machen können mit den daten und das ist halt einfach eine geschichte wo man gerade in dem bereich und diese branche ist halt auch ziemlich umstritten bei vielen leuten und das gibt halt auch wieder sag ich mal äh gießt halt wieder öl ins feuer weil viele leute halt sagen wozu noch einen virenschutz und das ist ja alles nur noch schlimmer und bla 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 der windows defender reicht ja auch vollkommen der windows defender reicht und das ist halt für diese leute wieder mal eine bestätigung was halt wirklich schade ist weil man muss halt auch sagen es gibt halt auch viele hersteller die einfach mehr als nur diese basic funktionalitäten von dem windows defender machen und damit auch relativ erfolgreich sind und damit halt auch trotzdem viel malware erkennen und das können viele hersteller die am markt sind die etabliert sind halt auch ohne dass sie irgendwelche daten groß verkaufen natürlich wir können nicht für alle hersteller sprechen bei manchen weißt es halt einfach schlicht und ergreifend nicht aber es gibt so einige leute oder einige hersteller die halt auch eben mit seiner gewissen ja so einen gewissen großen datenschutz versprechen daherkommen und die auch bisher komischerweise noch nicht enttäuscht haben und die können zum einen hier in deutschland sitzen müssen sie aber nicht also gibt auch einige hersteller im eu ausland und auch einen der jetzt nicht mehr in der eu ist der zum beispiel klipp und klar sagt hey wir speichern a nur das aller nötigste und b wir geben die daten nicht weiter und c wir geben die daten auch nicht an irgendwelche behörden weiter oder an irgendwelche geheimdienste und wir haben auch keine backdoors drin und das sind also sachen die ich halt bei sowas schon entscheidend finde und wenn ich in der firma so eine lösung implementiere dann sollte ich vielleicht da auch ein bisschen darauf achten unsere meinung dazu absolut wenn ich vor auf deiner mann brauche ich gar nichts ergänzen passt genau genau vielleicht noch kurz hashtag werbung kurz der hinweis falls ihr in eurem unternehmen oder auch privat irgendwie thema av ein bisschen beratung braucht und auf der suche seite nach einer av lösung wir beraten gerne kurs of you services schreibt uns einfach eine mail info at kurs of you punkt services zum beispiel wir stellen euch angebote wir machen auch individuelle beratungen also wir arbeiten zwar klar wir haben natürlich unsere hersteller aber wir beraten hersteller unabhängig das heißt wir haben für so fast jeden bereich an was man so halt hat an it haben wir halt so einen hersteller den wir favorisieren weil die ansprüche sind immer unterschiedlich und deswegen muss man da einfach mal gucken was passt dazu es gibt keinen hersteller wo ich sage der passt zu 100 prozent auf alle unternehmen und deswegen da beraten wir halt ganz gerne deswegen falls ihr da bedarf habt hashtag werbung dann könnt ihr eben an info at kurs of you services schreiben und da bekommt ihr dann relativ schnell von uns antwort und dann kann man sich da auch mal austauschen und angebote erstellen und vielleicht können wir euch da weiterhelfen vielleicht noch zur zielgruppe also kleine bis mittlere unternehmen sind also unsere zielgruppe wir machen aber auch kleine ganz kleine unternehmen das kommt halt immer darauf an welchen anspruch die da haben und da kann man sich da sicherlich mal verständigen so ja wo man sich vielleicht auch mal verständigen müsste wäre das corona virus weil das ist ja aktuell überall das ist so die nächste sau die durchs dorf getrieben wird gefühlt jeder rede davon alles ist ganz schlimm wir wollen das jetzt nicht vertiefen weil ich bin dann nur genervt aktuell davon und ich kann auch nur sagen die man sollte a großen abstand von irgendwelchen verschwörungstheoretikern auf youtube machen und b sollte man und das sagt auch kaspersky da haben wir eine pressemitteilung reinbekommen dass kaspersky aktuell beobachtet dass eben relativ viele ja cyberkriminelle mittlerweile dieses thema auch für sich entdeckt haben o wunder der nacht und die schicken dann irgendwelche vermeintlichen wahrheiten ins internet oder per e mail oder irgendwas über den corona virus und verbreiten da eben halt schadsoftware drüber deswegen sollte man da auch ein bisschen vorsichtig sein wenn jemand verspricht er hat die totale wahrheit zum corona virus und die seite ist halt nicht gerade etabliert und sieht vielleicht auch schon ein bisschen komisch aus und hat kein ordentliches impressum und was weiß ich und dann soll man sich den artikel als docx datei runterladen dann sollte man vielleicht doch mal überlegen ob das so sinnvoll ist und hoffentlich hat man dann einen ordentlichen virenschutz der das ganze auch blockiert aber wie gesagt dieses thema wird halt auch also diese panik die manche leute da haben die wird halt ausgenutzt um da auch kasse mitzumachen und irgendwelche cyberkriminelle schicken da irgendwelche dokumente raus und vielleicht noch mal allgemein dazu weil es interessiert vielleicht den einen oder anderen was ist meine private meinung dazu cool down leute das ding ist nicht gefährlicher als eine krippe warum wird so ein aufwand getrieben na ja klar man möchte jetzt nicht unbedingt dass es sich total weiter verbreitet ist ja auch scheiße irgendwo und vor allem wenn es halt auch auf länder trifft wo das gesundheitssystem total am boden ist dann hast du da nämlich ruckzuck einige mehr tode als jetzt aktuell und deswegen betreibt man halt so ein aufwand um halt nicht unnötig das ganze ding zu verbreiten und solche virologen ich habe einige videos dazu gesehen die sagen ja auch es ist halt effektiv zu sagen okay man steckt irgendwelche leute in quarantäne und versucht damit halt dann diese ansteckungskette zu unterbrechen und verhindert halt damit eine weltweite epidemie von dem ganzen ding aber wie gesagt leute cool down das ding ist viel harmloser als eine deutsche grippe und da rafft es jährlich so und so viel hundert leute immer mit in den tod mit einer normalen grippe und dann ist dieses coronavirus naja jetzt nicht so heftig wie es vielleicht bei manchen leuten scheint also ich habe da youtube video gesehen wo jemand ernsthaft behauptet hat dass die amis des virus irgendwie in umlauf gebracht haben um der chinesischen wirtschaft zu schaden und solche geschichten also völlig absurd völliger bullshit aber ja so was passiert ja was auch passiert dass microsoft mal ins data breach hat ja soll es geben genau bei microsoft gab es so einen kleinen dezenten wobei jetzt hängen wir schon mal wieder sagen data breach auf jeden fall und zwar so 250 millionen einträge aus der kundendatenbank die bis 2005 zurückführt waren wohl ja frei zugänglich theoretisch für jeden über einen browser das waren halt support daten wie zum beispiel chat mitschnitte und so weiter zum teil auch über die e mail adressen user also man kann durchaus darüber auch zuordnungen treffen genau auch standorte zum teil und das microsoft hat dann binnen 24 stunden reagiert hat das datenleck auch geschlossen das problem ist aber durchaus kommen solche daten ja dann auch in falsche hände und es gibt ja immer wieder auch anrufe von vermeintlichen microsoft mitarbeitern hallo genau ihr computer hat deine probleme und ja genau ich muss mich mal darauf schalten genau hier ist ja auch inzwischen unternehmen sehr beliebte masche also auch bei uns im unternehmen durchaus immer wieder dass die leute anrufen von firmen oder auch teilweise vermeintliche microsoft mitarbeiter und ibm mitarbeiter das wäre doch mal was haben wir auch schon alles mögliche gehabt das ist recht spannend was die da teilweise anrufen auch ganz ganz spannende nummern aber auch so teilweise irgendwelche beratungsunternehmen die dann anrufen und versuchen informationen rauszubekommen ja in dem fall natürlich so für die gefundenes fressen da kommen irgendwelche daten die geleakt werden die ziehen sie ja dann auch echt genau die ziehen sich die sachen und gehen dann echten leuten auf den leiden weiß man wie viel terabyte es an daten waren weil ich meine 250 millionen einträge ist ja nicht gerade wenig ja steht jetzt hier im detail nichts dabei aber es ist das hätte mich jetzt mal brennend interessiert wie viele terabyte es sind vor allem so chat protokolle ich meine jetzt ein chat protokoll ist jetzt nicht viel stimmt aber wenn du halt dann große kunden hast die halt was weiß ich wie viele support tickets da aufmachen man muss ja überlegen das sind 15 jahre kundendaten also richtig schon einiges schon heftig da wird sich microsoft ein bisschen was anhören dürfen ich denke auch ja also auch thema dsgv und so das ist ja schon ein etwas größerer vorfall muss man mal abwarten was da passiert aber dass selbst microsoft so was passiert zeigt halt dass es halt immer schwieriger wird so was wirklich 100 prozent abzusichern und ich gehe mal davon aus dass die daten halt irgendwie wahrscheinlich bei denen in der public cloud liegen in azure oder so und da war halt irgendeine schnittstelle offen stand wahrscheinlich nicht so genau da konfigurierte elastix search server oh mal wieder ja elastix search hatten wir ja schon mal weiß noch ob du den podcast dabei warst wo es um die konrad geschichte ging konrad elektronik hatte ja auch einen data breach letztes jahr und das war auch eine elastix search datenbank und viele leute die mit elastix arbeiten die sagen halt das ding ist schon nice aber es ist halt sehr kompliziert das ganze richtig abzudichten und es kommt immer wieder vor wenn du sowas halt in der public cloud betreibst das dann irgendwie ja dass man dann halt doch irgendwo was vergessen hat abzudichten und dann kommt man halt dadurch rein ich hätte jetzt eher vermutet dass es irgendwie ein sql server oder sowas wäre von microsoft der da in der public cloud ist aber elastix ja durchaus ist ein ein problem es löst viele probleme aber es kann auch sehr viele probleme bringen und ja hat man jetzt selbst bei microsoft gesehen hat also ich wundere das ehrlich dass microsoft sowas einsetzt aber gut warum nicht funktioniert hat sich bewährt gut was sich auch bewährt hat oder zu problemen führt genau aber bewährt hat sich bei elektrofahrzeugen tesla und tesla kommt ja nach brandenburg und es nimmt halt absurde züge einfach nur an ähm ja was mittlerweile in diesem dorf oder in die ja dorf ist es ja oder ist es eine kleinstadt äh bei brandenburg was da abgeht weil die leute die drehen da also wenn wenn ihr mich fragt drehen die da teilweise schon ein bisschen am rad und schieben eine panik äh und jetzt versucht man da halt irgendwie mit umweltschutz da tesla wegzubekommen ähm wobei man sagen muss es gibt halt aktuell kein unternehmen das oder wenige unternehmen die umweltschutz so gut verstanden haben wie tesla und da geht es jetzt um irgendwie hast du den beitrag äh von extra 3 gesehen äh zum thema tesla david den muss ich ja mal schicken den verlinke ich auch mal also völlig absurd da sieht man halt solche besorgten bürger die äh um ihren wald trauern äh wo dann teilweise mal so ein mooshaufen aus dem wald rausgerissen wird und der eine ah riechen sie mal dran das riecht doch total nach natur ja was man halt äh was diese leute halt verschweigen ist erstens mal dass dieser wald der abgeholzt werden soll sowieso in einem industriegebiet liegt der boden ist verseucht mit irgendwelchen schadstoffen und teilweise auch noch irgendwelchen alten munitions und 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 alten äh geschichten aus dem weltkrieg da wahrscheinlich auch ein paar bomben und minen die da noch rumliegen das kann passieren das das sind auch waren schilder dort also da ist es ja alles runtergekommen richtig und was dann auch noch nicht erwähnt wird von diesen äh leuten ist halt dass dieser wald sowieso abgeholzt werden sollte weil das irgendwie ich glaube ein fichten nutzwald war also man hat es halt zum abholzen einfach gepflanzt um brennholz günstig zu bekommen und äh der ist sowieso in einem desolaten zustand und was viele leute auch wiederum verschweigen von diesen spezialisten äh dass tesla schon angekündigt hat eine dreimal so große ausgleichsfläche woanders zu kaufen und zu bepflanzen das verstehen halt diese leute auch nicht und also das nimmt so absurde züge einfach an ähm zum beispiel ist ja auch die geschichte mit den arbeitsplätzen steht ja im raum ähm mit den äh 3000 arbeitsplätzen die da geschaffen werden sollen für deutsche ähm und da haben sie jemanden interviewt und er ist so ja ich hab meinen arbeitsplatz wir brauchen das hier nicht ja wo ich mir denke hallo du bist in brandenburg hast du mal rechts und links geguckt was bei dir hier abgeht wie viele arbeitslose hier rumlaufen und nur weil du selber einen arbeitsplatz hast heißt ja nicht dass dein nachbar oder irgendjemand aus deiner straße nicht vielleicht einen arbeitsplatz braucht und diese dörfer dort die sterben aus immer mehr leute ziehen da weg da ist ja auch nichts was die leute da hält wie du sagst wenn du keine arbeit findest wie soll das funktionieren genau und nur weil der eine herrn also was für ein egoistische also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen ja und wenn du halt dann man muss es ja auch mal so sehen durch tesla kommen ja vielleicht auch wieder leute aufs land zurück weil sie sagen okay ich habe meinen arbeitsplatz dann bei tesla und dann kann ich auch wieder ins brandenburgische land ziehen aber ansonsten müssen die halt dann in die großen städte ziehen oder weiter weg in andere bundesländer aber da sind leute unterwegs da musst du echt also da fällt dir nichts mehr zu ein auch dieses thema umweltschutz tesla wie gesagt die müssen hier bäume abholzen das ist schon alles richtig aber das ist schwer belasteter boden der da ist mit irgendwelchen schadstoffen die können doch froh sein dass das da tesla wahrscheinlich dann das geld in die hand nimmt um die alten weltkriegsbomben da rauszuholen du hast ja ja ein schweine geld also ein berufsteller hat mir das erzählt der hatte mal eine firma die haben damals für den münchner flughafen ähm wo sie den neu gebaut haben dieses gebiet gebräuten das ging halt um schon fast milliarden beträge um diesen ganzen boden diese ganzen abraum da der schwer belastet wegzubekommen ja also das ist wirklich ein teurer spaß und ähm da sollen die echt mal froh sein äh dass die jetzt so eine ja potente firma wie tesla haben die dann sagt okay wir investieren da jetzt richtig viel geld rein und sorgen für arbeitsplätze und das schärfste war die eine frau die gemeint hat ja sie werden schon sehen da kommt die ganze kriminalität dann zu uns wo du denkst ja okay und da fragt der reporter so nach ja elektroautos ja das ist doch klar dass dann die ganzen kriminellen hierher kommen und was also da werden sachen behauptet das ist echt unglaublich und finden demonstrationen statt und irgendwelche kundgebungen und jetzt versuchen da irgendwelche bürger das ist ja ja auch bei windkraftanlagen da versuchen jetzt irgendwelche bürger irgendwelche seltenen vögel zu finden in so einem verseuchten wald wo sie dann halt dagegen vorgehen können und also ich glaube zahne büchene sachen die da ich glaube das gibt es in keinem anderen land außer in deutschland wo das so eskaliert wo leute dann so durchdrehen und man hat es ja immer mehr jetzt ich meine wir haben jetzt einmal die geschichte mit wir wollen aus der atomkraft raus wir haben die geschichte wir wollen von der kohle von den kohlekraftwerken weg ja das problem ist aber wir müssen das ja irgendwie ausgleichen in der theorie funktioniert es und viele energieversorger haben da schon genaue pläne gerade die größeren was sie denn machen wollen und so weiter und was man machen kann das problem ist halt teilweise sind halt wirklich die bürger dann da und bremsen diese projekte aus auf der anderen seite sind es aber auch die leute die dann am freitag auf die straße gehen und bei fridays for future mitlaufen wo man sagt wie passt denn das zusammen auf der einen seite willst du keine windkraftanlagen auf der anderen seite gehst du dann damit willst aber auch keine kohlekraft ja wo soll die energie dann herkommen möchtest auch noch dass alle elektroautos fahren ja wie soll das denn funktionieren und das ist halt was wo ich da kriege ich echt einen hals das ist genauso wie ich habe es glaube ich in dem tech talk schon mal erwähnt wo sich leute darüber aufgeregt haben hier dass eine stromkrasse das wollte ich gerade sagen das hat mich gerade daran erinnert das ist auch wieder so eine geschichte ja aber irgendwo muss der strom ja herkommen und wenn der strom nicht über unsere leitung hier in land läuft dann läuft er übers ausland dann wird er nach polen und tschechien und was weiß ich rausgeleitet und dann bei uns unten in deutschland in süddeutschland bei dir in münchen wieder eingeleitet hallo das kostet haufen geld die nachbarländer verdienen damit warum soll man dann den strom nicht im eigenen land über unsere eigene infrastruktur wir sind abhängig dann von den anderen ländern außen das ist ja wunderbar wenn wenn da mal irgendwas ist die da ist eine störung oder die da passt irgendwas politisch nicht dann schalten die das ab dann haben wir ein riesen problem und das das haben wir sowohl hier bei uns im ja auf der auf der östlichen seite von deutschland als auch auf der westlichen seite richtung frankreich da wird es genauso praktiziert und holland und so weiter wo du dann auch sagst hallo wie kann das sein und das sind irgendwelche bürgerinitiativen irgendwelche bauern die da sich aufregen drüber irgendwelche mysteriösen umweltschützer die sich dann drüber aufregen dass dann strommast gebaut wird ja der fliegt ja nun mal nicht durch die luft ne ich meine ja also ganz schwierig und das ist halt jetzt auch wieder hier in brandenburg und das ist wahnsinn also ich habe mich da so aufgeregt wo ich die bilder gesehen habe wo ich gedacht sag mal seid ihr noch ganz dicht kapiert ihr nicht was das für eine chance für euren landkreis ist mit so einem unternehmen zusammenzuarbeiten also ganz ehrlich ich habe schon zum tobi so zum spaß gesagt also ganz ehrlich wenn brandenburg die nicht will dann sollte vielleicht mal coburg sagen hey komm tesla wir haben hier noch mal ein bisschen platz irgendwo stellt mal da eure gigafactory hin weil also wir haben sogar einen ICE-anschluss mittlerweile hier also ich verstehe es nicht also es ist einfach absurd und man kann sich als jemand der sich damit beschäftigt kann man sich halt nur aufregen und ich meine der ein oder andere weiß ja dass ich eben einen energieversorger background habe und da jetzt auch nicht komplett auf der grünen wiese bin was was das thema angeht und auch mit elektromobilität beschäftige ich mich ja auch und deswegen kann ich es halt absolut nicht nachvollziehen dass da so blockiert wird ich kann auch nicht nachvollziehen um vielleicht auch mal die leute zu frieden zu stellen die gerne ihren diesel fahren ich kann auch nicht nachvollziehen dass man da so extrem reagiert ne also das ist halt aktuell echt ein riesen problem was natürlich politisch auch irgendwie herbeigeführt wird weil es gibt nur zwei extremen meinungen aber der lösungsweg ist halt einfach die goldene mitte das ist halt einfach das ding und das sehen halt viele nicht und ja brandenburg irgendwie kann man sich nur an kopf fassen aber gut das ist vielleicht auch der grund warum wir in deutschland nicht so viel so weit kommen mit unserer technik wird ja überall alles ausgebremst da brauchst du dich nicht wundern dass halt nichts vorangeht es ist halt genau und dann lachen die anderen länder uns aus weil das vielleicht noch als abschluss was viele ja auch nicht wissen oder immer verdrängen vielleicht auch dass die deutschen autohersteller die autos nicht für die deutschen bauen sondern für den weltmarkt weil wir deutschen haben nur zehn prozent anteil an den autos die auch in deutschland gefertigt werden und der rest geht ins ausland und wenn das ausland kein interesse mehr an irgendwelchen dieselfahrzeugen hat oder an jahren alten benzin verbrennern dann haben diese unternehmen ein problem so wenn die natürlich die alte schiene weiterfahren so und das könnte in den nächsten jahren für unsere deutschen hersteller echt ein problem sein wenn die einfach sagen okay wir machen unsere schiene so weiter und wir versuchen den dieselmotor noch effizienter zu machen ja aber die anderen länder die wollen gar keinen diesel mehr wenn du dir anguckst die norweger zum beispiel die wollen keinen diesel die wollen nur noch elektro weil sie eben dadurch jede menge vorteile haben auch steuerlicher natur das natürlich kein geheimnis natürlich machen die da anreize aber die wollen einfach keinen diesel mehr fahren die haben auch die infrastruktur bei denen läuft das schon da sind ja 40 prozent der fahrzeuge sind ja auch schon bei der neuen elektrofahrzeuge aber da funktioniert es ja auch da wird halt nicht so viel gebremst genau da wird nicht so viel gebremst und die leute sind glaube ich auch vom vom mindset so ein bisschen weiter und bei uns sind halt viele dabei die einfach weiß ich nicht dieser ah das ist neu das will ich nicht da war ja auch einer im interview aus brandenburg der gemeint hat ja hier er will das sein 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 dorf so bleibt wie es ist wo ich mir dann denke ja aber das geht halt nun mal nicht das kann nicht so bleiben wie es ist weil so wie es aktuell ist es scheiße und das verstehen halt irgendwie viele nicht und da kann man sich einfach nur aufregen aber das nun mal so als hinweis also es wird wirtschaftlich ziemlich blöd böse werden wenn wir einfach sagen okay wir bleiben bei unseren alten technologien und ignorieren völlig was der weltmarkt will weil der weltmarkt ist für uns wichtig genauso wie deutschland ja auch nur ein prozent der co2 abgaben der welt hat das muss man sich auch mal vor augen führen gut apropos co2 wer co2 ja eigentlich sehr viel sparen sollte ja ist die deutsche bahn und das ist auch absurd da habe ich auch gedacht was gehen jetzt ab die neuen ic züge diese bekommen die brauchen eine stunde zum booten und stürzen aber auch öfters mal ab das heißt es kann sein du bist irgendwo auf freier strecke und dann muss das ding mal durch booten dann braucht es eine stunde also da bootet windows ja schneller wenn ich so einen alten abgeranzten windows rechner habe ich würde wetten mit dir wenn du einen alten windows xp rechner noch hast installierst windows 10 drauf dann ist der sicherlich schneller als in der stunde online oder da aber irgendwas passt da nicht und das ist auch so ein ding so ein wahnsinn wo ich mir dann auch denke was setzen denn die da für eine technik ein vor allem die sind ja angeblich neu also ist da nur ein raspi drin oder so ein armen cortex der eigentlich im handy sitzt wahrscheinlich genau der den ganzen zug steuern soll also irgendwas ist da ich meine ich habe jetzt von einem mitbekommen dass bei den vorgängerzügen glaube ich die ja sogar noch die sitzplatz reservierung per diskette eingespielt haben oh ja hallo sind irgendwie ne diskette ist so seit 15 jahren out oder 20 jahren ja also genau das ist halt so eine geschichte wo man sich dann schon fragt aber da wird halt auch zu tode gespart nur was man halt nicht nachvollziehen kann ist halt die geschichte dass das halt eben neue züge sind die jetzt auch mit diesen etcs zugsteuerungs system laufen und ja das das braucht halt alles ewig zum hochbooten man muss sich auch mal überlegen wenn der zug jetzt sag ich mal um um neun uhr losfahren soll dann muss da ein ein schaffender ja spätestens um acht muss er am zug sein um das ding hochzufahren alles glatt läuft wenn alles glatt läuft wahrscheinlich wird er eher anderthalb stunden vorher sich in den in den zug setzen dann sitzt er da und und macht nix der kann brotzeit machen während dessen ich mein gut ich bin jetzt kein lokführer ne ich war ich weiß nicht vielleicht gibt es da noch aufgaben die man noch erledigen kann aber ich sag mal so die primäre aufgabe von dem lokführer ist ja den zug zu fahren so und wenn der aber nicht fährt und er das ding bootet dann sitzt er da einfach nur drin und macht nix und das ist ja auch arbeitszeit die irgendwie vergeudet ist und die bahn hat ja sowieso nicht unnötig viel personal die im gegenteil die haben ja eher zu wenig personal wenn man sich mal mit zugbegleitern unterhält ist es ja eher eine katastrophe aktuell und dann bootet da so ein ding eine stunde ja ich stelle es auch spannend vor wenn einfach so mitten im betrieb das mal ausfällt ich meine weiß ja auch nicht was das für auswirkungen hat gibt es da redundante systeme die das irgendwie abdecken kann ich weiß ja nicht was das alles steuert also ja redundanz das ist ja glaube ich nicht also kann ich mir jetzt nicht vorstellen ja gut das ist halt dieses system auch das zum beispiel überwacht wo sich der zug befindet und also ich meine details kenne ich natürlich nicht aber das ist ja schon so eine software die mehr oder weniger alles mögliche innerhalb des zug steuert geschwindigkeit irgendwelche rückmeldungen ans stellwerk und da sind bestimmt auch die ganzen wlan kabel dann angeschlossen ja genau ja also ich bin echt mal gespannt wie die deutsche bahn darauf reagiert aber ich meine das gute an der sache ist ja sie bauen die züge nicht selbst das heißt die ja die wahrscheinlichkeit dass es vielleicht bald behoben wird das problem durch den hersteller bombardier ist vielleicht schon relativ hoch ich hoffe es mal weil wenn die deutsche bahn es selber machen würde dann würde es wahrscheinlich weiterhin so laufen aber gut wir gucken mal aber es hat mich halt sehr überrascht das ganze dass das eben so krass ist und eine stunde booten also das kann man irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen und wie du sagst man sieht ja auch in den ICEs dass die teilweise technisch noch ziemlich auf einem alten stand sind und da bin ich mal gespannt wie die bahn das in den nächsten jahren in griff kriegen möchte definitiv gar nicht überrascht und auch auf dem alten stand ist ja auch immer noch das kammergericht berlin haben wir ja schon mal berichtet im tag talk drüber dass die ja einen befall hatten mit emote und unter anderem da es erhebliche probleme gibt aber sie noch nicht das ausmaß kannten jetzt ist dann eine offizielle forensische bericht der t-systems die das ganze jahr mit betreibt oder zumindest sich darum kümmert ist eben rausgekommen und ja ist schon sehr spannend also man man kann den vermutlichen zeitpunkt der infektion irgendwo auf mitte ende september 2019 festlegen wie genau es passiert ist wissen sie nicht vermutlich aber auch über präparierte makro dateien oder makros in word dateien und es ist auch immer noch nicht sicher ob der domain controller oder das komplette die komplette active directory infiziert wurde was natürlich schon eine riesen sache ist ja ich meine immerhin die verschlüsselung haben sie verhindern können weil sie die internet leitung gekappt haben hey aber es ist höchstwahrscheinlich trotzdem der fall gewesen dass ein ein ja wer auch immer dazu gerufen hat dazu den nach dass ein angreifer quasi daten abgreifen konnte das heißt also mails passwörter was auch immer das war sowieso schon standard das problem ist es gibt auch keine event logs das heißt wahrscheinlich ist da auch jemand professionell gewesen hat das natürlich gelöscht damit das nicht nachverfolgt werden kann und ja aus der it analyse geht halt hervor dass unter anderem das versagen einer endpoint protection lösung von mcafee fehlende filter und netzwerk segmentierung und lokale administratoren rechte und mangelnde log dateien das ganze ermöglicht haben dass aus einem standard vorfall ein massiver incident wurde völlig sehr spannend formuliert aber anders kann man es auch nicht sagen ja also das da treffen halt viele sachen aufeinander und was halt auch spannend ist dieses thema ist ja relativ spät erst bekannt geworden im ende letzten jahres wenn das jetzt ja im september das ganze schon die infektion stattgefunden hat ich meine da gab es schon relativ viel zeit da irgendwelche daten abzugreifen jetzt ist natürlich die frage was kann man damit anfangen das ist steht wieder auf einem anderen blatt aber das sind sicherlich sachen dabei die jetzt nicht unbedingt in die öffentlichkeit gehören und ich sag mal so im zweifelsfall im im darknet gibt sicherlich einige leute die sich für solche daten brennend interessieren und die damit auch was anfangen können ich gehe mal jetzt nicht davon aus dass der cyber kriminelle jetzt unbedingt direkt auf die daten von von denen abgezielt hat das kann ich mir nicht vorstellen das war halt eher ein zufalls ja zugriff und man hat halt dann mitgenommen was man gefunden hat und jetzt muss man halt gucken wie man damit umgeht aber interessant okay ich finde es halt auch interessant weil in dem zugehalt auch mcgaffey mit benannt wird finde ich halt spannend weil es ist eigentlich eher untypisch dass man dann so eine firma irgendwie an pranger stellt ich weiß nicht warum das passiert ist das kann natürlich auch einfach nur völlig wertfrei passiert sein aber vielleicht möchte man damit halt auch leute warnen ich weiß es gibt einige leute die schätzen die software von mcgaffey ganz die schätzen das ganz gut oder schätzen es als gut ein ich sehe es mittlerweile sehr neutral aber ich kann nur so viel sagen dass ich halt auch schon ein paar problemchen mit deren software hatte das liegt allerdings schon einige jahre zurück also damals war auch noch der zugeguckste firmenchef dieser john mcgaffey der war da noch an der macht und ja also und das meine ich wirklich wortwörtlich weil der typ halt einige sachen vom stapel gelassen hat und da gibt es auch ein video das ich ja vorhin auch erwähnt habe bei uns auf dem channel von mcgaffey löschen und da bin ich auch noch mal drauf eingegangen da hat der gründer von mcgaffey ja auch ein video zugemacht wo er sich mit so ein paar nutten zusammen irgendwo ja getroffen hat und dann den mcgaffey deinstalliert und bisschen koks war auch noch im spiel und so also zumindest soll das koks darstellen vielleicht war es auch nur mehr wer weiß aber der typ ist halt schon bekannt dafür dass er gerne mal ein bisschen über die stränge schlägt und ein bisschen merkwürdig unterwegs ist da auch wieder das thema vertrauen vertrauen den firmen die mein system absichern sollen muss man halt auch gucken ob man dann so einer firma vertrauen möchte die hatten dann allerdings auch mal den verkauf richtung intel der ist glaube ich mittlerweile auch wieder rückgängig gemacht und die sind wieder irgendwie eigenständig unterwegs weil intel damit jetzt auch nicht wirklich was anfangen konnte mit mcgaffey ja aber gut ist halt einfach nur interessant dass da mcgaffey unmittelbar erwähnt wurde was ich auch noch spannend finde ist auch noch der der beisatz selbst indizien für einen manuellen interaktiven zugriff durch die angreifer gibt es also ja und ja ich meine was man jetzt daraus zieht also wahrscheinlich wird sich das ganze auch nicht mehr im detail alles nachstellen lassen aber letztendlich bleibt wahrscheinlich nur die ganze domäne aufzusetzen und man hat dem kammergericht geraten sie könnten doch die aktuelle situation nutzen mal ein leistungsfähigeres und sicheres netzwerk zu konstruieren um solchen solche schäden in zukunft zu begrenzen ja gespannt was daraus wird aber das wäre auf jeden fall das minimum was da passieren muss genau ja und vor allem dieses thema active directory neu aufsetzen das hat ja auch heise zum beispiel durchgemacht die waren ja auch von emotet betroffen und die haben ja dann auch ihren domain controller neu aufgesetzt und das ganze netzwerk eigentlich jeden rechner mehr oder weniger das kann durchaus bei solchen extrem situationen hilfreich sein weil man halt nicht weiß wo steckt denn überall noch ja der der emote drin oder wo sind überall noch infektiöse quellen die vielleicht dann auch noch auf andere systeme abstrahlen können oder ja habe ich vielleicht irgendwas übersehen und dann muss man einfach sagen okay ist ähnlich wie beim corona virus dann wird halt komplett desinfiziert und und muss man halt dann auch einfach sagen okay ich setze halt dann wirklich mein komplettes netzwerk erst mal in quarantäne und versuche dann halt eben bestimmte bereiche die eventuell nicht betroffen sind da raus zu filtern aber das ist halt ja ist eine sisyphus arbeit aber da wird sicherlich einiges an geld ich meine das ist ja tochter gesellschaft von der telekom die werden sich da jetzt mehr als eine goldene nase dran verdienen weil im nachhinein ist sowas natürlich immer teurer allein schon so forensische analysen was das kostet richtig gute stundensätze da und die haben richtig gut die lassen sich das gut bezahlen das sind natürlich auch keine einfachen leute die mal eben in der vhs und den edv kurs belegt haben ganz klare sache das sind auch leute die ahnung haben aber das kostet sehr viel geld dauert sehr lang ist aufwendig es gibt vielleicht null ergebnisse weil alles so gut gelöscht wurde oder verschleiert wurde dass man nichts findet also man wirft da wirklich geld zum fenster raus und wenn man das am anfang vielleicht investiert hätte natürlich ist es immer einfach zu reden man weiß ja wie träge solche behörden unterwegs sind ja und wenn da halt nichts passiert dann kann es halt so solchen geschichten führen da muss man halt ganz klar sagen und ja man muss halt jetzt mal gucken wie es weitergeht aber ich denke mal es wird nicht der letzte fall sein wo sowas auftaucht denke ich auch ja gut ja dann würde ich sagen hammers für dieses mal schon mal durch am ende noch der hinweis natürlich abonniert uns folgt uns auf twitter auf instagram auf was vergesst die glocke auf youtube nicht genau liked uns abonniert kommentiert genau schreibt uns vielleicht auch mal wenn ihr irgendwelche wunschthemen habt das wäre was was ich mir langfristig auch mal vorstellen könnte dass wir mal so wunschthemen einfach besprechen das ist nämlich eine geschichte thema in anführungsstrichen mehr content auf unseren channel so was könnte man halt vor produzieren und dann immer mal zwischendrin noch mal hochladen dann habt ihr da auch wieder ein bisschen content deswegen schreibt da einfach mal über was sollen wir uns einfach mal unterhalten über was sollen wir ein bisschen diskutieren oder was würde euch mal interessieren also die meinung von uns zu dem thema interessieren und dann können wir das vielleicht mal mit einbauen in diesem sinne vielen dank dass ihr dabei wart und bis zum nächsten mal so 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 so